Slayer ist auf, Blumenbeißer ist ihn, da steht's. Slayer ist weiter auf Slayer! Mein Tier ist Slayer! Was? Wo? Slayer! Vor 20 Jahren fing es an, da war ich noch stocktrocken. Ne Flasche Bier, so ging es los, sie schmeckte wunderbar. Weizen, Export oder Pils, man konnte nicht stoppen. Mit einem Bier in meiner Hand dachte ich bald nicht mehr klar. Doch das ist nicht wichtig, wir trinken es richtig. Ist nicht wichtig, wir trinken es gut. Ist nicht wichtig, wir trinken es richtig. Ist nicht wichtig, wir trinken es gut. Der Pater Norbert sagte mir, ich lief nur Veritas. Ich trank den Bein in meinem Zug, der Keller war halt leer. Mit Lieke ging es weiter und ich hatte so viel Spaß. Der saure Joster schmeckte mir, ich wollte immer mehr. Und damals glaubte ich daran, dass Alkohol mich mag. Ich trank bald Whisky, Gin und Hopp. Und was da soll's noch lang? Doch das ist nicht wichtig, wir trinken es richtig. Ist nicht wichtig, wir trinken es gut. Ist nicht wichtig, wir trinken es richtig. Ist nicht wichtig, wir trinken es gut. Ist nicht wichtig, wir trinken es nicht schön. Vier Promille lag ich da, mir war nicht mehr nach Feiern. Die Jackie-Cola, die ich trank, ja, die gab mir den Rest. Der Krankenwagen lud mich ein, ins Krankenhaus zum Freier an. Der Doktor sagte, wohlbekommst, sie haben lieber Pest. Inzwischen glaub ich nicht daran, dass Alkohol mich mag. Die ihre Schwester nebenan, sie verbringt meinen Zahn. Doch das ist nicht wichtig, wir trinken es richtig. Ist nicht wichtig, wir trinken es gut. Ist nicht wichtig, wir trinken es richtig. Ist nicht wichtig, wir trinken es gut. Mach mit! Die ist schon draußen, die Welt, die ist im Arsch. Und nicht, dann lieg ich im OV, bald beiße ich ins Gras. Der Schöpferdor kommt nochmal herein und bläst mir kurz den Marsch. Doch geht es jetzt vorbei mit dir, drum heben wir ein Maß. Denn das war nie wichtig, Bier trinken mal wichtig. War nie wichtig, Bier trinken mal gut. War nie wichtig, Bier trinken mal gut. War nie wichtig, Bier trinken mal gut. War nie wichtig, Bier trinken war gut. So gut, so gut. 100 Likes auf unserer Facebook-Page. Wir haben gerade 85, ich brauche Hilfe. Denn ich kriege einen Kasten dafür.